Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja wirklich sehr kleinen News-Update vom Spiel Farm Together 2. Und zwar sind heute aktuell vom 15.07. zwei kleine Änderungen im Spiel erschienen und zwar sind das, wenn ihr auf eure Karte geht, dann habt ihr bestimmt jetzt hier schon gesehen, das Symbol vom Wasser sieht etwas anders aus. Ich finde es persönlich wesentlich besser so, weil durch diese kleinen, ja ich glaube es waren Plusse oder Xe, die vorher drauf waren, konnte man das nicht direkt sehen, wenn das Ganze bewässert werden muss, das Feld. Weil ich habe es immer so rausgesumt und man sieht schon, hier die Streifen, die kann man jetzt sehr gut erkennen, aber diese komischen Xe oder was das vorher waren, sahen halt sehr, sehr ähnlich aus wie diese Punkte, die man hier sieht, wenn eben etwas abgeerntet werden kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so auf jeden Fall eine sehr große Verbesserung, weil man so direkt sieht, wann etwas Wasser braucht und wann nicht. Und die zweite und damit letzte Änderung, die wir haben, sind zwei neue Rezepte, die wir bei uns kochen können. Und zwar ist das einmal gebratene Pilze. Die brauchen zwei Arbeitsschritte von jeweils knapp einer Minute, brauchen 750 Geld und einen Pilz und ihr haltet acht Edelsteine und, ja ich sag mal, einen Kochtopf raus und acht XP. Das zweite Rezept wäre dann Lachseintopf, dafür benötigt ihr allerdings drei Schritte von vier Minuten jeweils und ihr müsst dafür 600 Gold bezahlen, fünf, ich sag mal Kugelfische und ihr haltet dann 15 Edelsteine und einen Kochtopf und 16 XP. Ja, das war auch schon alles, aber es sind zwar nur kleine Änderungen gewesen, aber ich wollte euch trotzdem auf dem Laufenden halten. Lasst gerne einen Like da, wenn euch das Video weitergeholfen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.